Hey, wo kommt das denn jetzt auch immer her? Hat er Amethyst, ja klar. Und du? Stehst du nur rum, wenn du eine elegante Schläpfe. Wir kamen von da? Ich weiß Gott nicht. Sieht aber jetzt komisch aus, wenn das länger Zeit da ist. Hey, da habe ich mich erschrocken, ey, wirklich. Ich so, oh scheiße. Was, was ist das denn? Evoquid. Oh, jetzt gibt es hier hier Rift, okay. Guck mal mal. Ah, okay, ja, ja. Wir sind fast da. Die Reise geht bald zu Ende. Und da sind wir Wölfe. Nein, höre ich. Ja, voll schön aus. Wo? Ich habe einfach gehört. Evoquid, ja, ja. Evo, Start. Oder was das? Sack, in die Fresse. Ja, genau. Hau drauf, ey. Äh, hier, ne? Ne, hier geht's. Hä? Wir sind leicht da, klar, da, und die ganze ist ja, 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 und das ist alles. Wir klar, 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 klar wie Kloß, klar wie Kloßkühl. Und da ist ja schon die Stadt, Stadt, Stadt und der Riesenberg, ja. Wir sind einmal rumgegangen. Das ist doch klar. Jetzt hol ich dich, jetzt hol ich dich, jetzt komm ich, jetzt komm ich. Nein, einstecken. Steck ein, Alter. Da kürzt jemand. Iva, Stadt entdeckt. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenblutes? Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Und solch eine Macht? Mach mit! Dann ziehen Chaka, Chaka, Chaka. Einmal links, einmal rechts, einmal... Okay. Ich so einmal links, einmal... Warte mal. Ach, so geht das. Das hatte ich gesucht. Waffe einstecken. Nein, nicht nah zoomen. Waffe... Nein. Gönn ist ansteckend. Gönn ist ansteckend. Schon. Tuam, 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 tum, 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 tum. Ja. Boah, was war dat denn? Noble. Noble! Zack 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 Zack. 77.000 Stufen sollen das sein, hat er eben gesagt. Du 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 du. Hä? Blödes Fisch, alter. Ah, wir sind fast da. Das ist doch schon mal gut. Boah, wie viele Stufen sind das denn so? Sind wirklich voll reingehauen, habt ihr ne reingehauen? Und ich krieg auch noch, lalalala. Äh, komm, wir lassen dich irgendwo. Ist ja gut, brauchst nicht wegzuhören. Oh, was ist das denn? Seid auf der Wut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Aha. Mann, ey, wie viele Stufen sind das denn, ey? Das ist doch scheiße. Da hat man was von 77.000 gesagt. La, 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 la. Ach, ne, ne, grüß mir auf den Senk, was machst du denn da? Scheißdumm. Dummer Bär. Wendetrippel. La, 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 la. La, 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 la. Da liegt schon ein Tutor. Nein, wieso hab ich Wölfe genommen? Das gibt's ja wohl nicht. Mann, ey. Es geht immer weiter. Mount Everest. Hier gibt's schon voll Schnee. Ist doch schon mal gut gemacht, wa? Boah, feier aufgeschlitzt. Ah, jetzt kommt hier schon ein Wind, alter. Eben war Schnee, jetzt kommt ein Wind. Dann geht's dir mal nach rechts. Oh mein Gott. Wo hinten? Wo hinten? Wo hinten? Wo hinten? Wo hinten? Ach da! Jetzt auf einmal einer da, ne? Wollt mich wohl vorhulepiepeln. Vorhulepiepeln. Ah, na, 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 piepeln. Piepeln. Oh, vorhulepiepeln. Ah, na, na, piepeln. Piepeln. Oh. Fal-la-la-la. Ah, na, na, piepeln. Piepeln. Ah, fal-la-la. Ah, na, na, piepeln. Piepeln. Ah, fal-la-la. Ja, na, 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 piepeln. Piepeln. Ah, jetzt geht's hier runter, ja, ist klar. Wer bist du denn? Wer seid ihr? Bis zum nächsten Mal. Ja, warte mal. Was wollt ihr, Ed? Ich befand mich gleich außerhalb von Iverstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Nein. Ja, jetzt geht's mal ganz hoch. Ja, wir sind richtig auf dem Weg, ne. Der Fall zeigt auch noch da. So richtig in der Mitte. Das ist doch was das Beste. Warum müssen wir denn auf den höchsten Meer? Ja, okay. Oh, oh. Was ist das denn? Ein Yeti. Alter, ein Yeti. Ich wusste, die gibt's doch. Hey, mir, Alter. Nein. Fetter Golder, wo bin ich denn jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Scheiße, bitte nicht. Ich wusste nicht, wie man speichert. Oh, oh Gott. Nein. Jetzt müssen wir jetzt Iverstadt. Scheiße, ihr wollt mich doch verholen, People. Von der People. Nein, halt die Fresse. People, nein. Äh, People. Äh, People, People, People. Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Diese verdammten Bären machen mich verrückt. Was war das für ein Yeti, Alter? 77. Nicht schon wieder, aber... Naja, wir wissen's ja jetzt endlich. Warte mal, ich kann's jetzt nicht schnell machen, naja. Hm. So was muss man heutzutage schon machen, Alter. So ein Yeti, Alter. Heftig. Ne Bergziegel. Boah, ich komm mal in die Gütze. Bergziegel, hau nicht ab. Hallo. Ich hau nicht von den Yeti ab, Alter. Obwohl er mich, äh, an die Kaka haben will. Guck, ich mach euch nix. Einmal das hier. Wir versuchen. So, von die Möse. So, hier gibt's schon Schnee. Äh, wenn schneit es denn? Ab welcher Höhe schneit es? Die waren schon ganz schön rum. Das kann ich auch sagen. Halt die Fresse, ich komm euch empoliert euch, die Fresse. Boah, boah. Alter, hat er den genommen? Pam. In die Fresse. So, ab hier. Ja, ab hier schneit es. Oder ab hier ist es ganz weiss. Wann kommt die eine? Hallo. Ich bin hier. Hallo. Was hat die? Sieht tiefgefahren aus. Scheiße, die hängt da fest. So, erstmal nur da und dann nur da. Ja, kommst du. Ja, wann schneit es? Hier ist nur ganz Schnee. Ganz Schnee, also alles ist bedeckt. Und wann schneit es? Auf der Höhe, ne? Ja. Ja. Ich muss mir den Yeti merken, wo der war. Ich will schnell speichern. Wie geht das? Nein, steuern. Äh. Schnell speichern. Auf. F5. Okay. Ah, der sitzt immer noch da. Die sitzt hier da immer noch. Mann und du lässt mich hier sitzen, alter. Zwar ein bisschen, ja, ein bisschen weiter eigentlich so. Wenn man jetzt hier geht. Also wenn hier noch die Treppen hoch geht, dann kommt der, ne? Kann man dann angesprungen, wie so ein kleiner Affe. Speichern. Da ist er. Haben wir schon angesprungen. Das hat er schon drin, ne? Macken, alter. Alter, ich hab dir nichts getan. Die schießt doch ganz...